Seid Grüßt zurück zu Stronger Crusader, wir sind in Mission 59, die Stromschnellen, euer Clawcatch spielt wieder mit und wir spielen heute gegen den Marshal und gegen den Abt. Wir sind hier in der Mitte, wir haben beide 8.000, das heißt die werden sich ziemlich schnell aufbauen dieses Mal und dann müssen wir mal schauen wie wir das bewerkstelligen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Und, ja gut, wir lassen uns erst mal auf 60, gucken mal ob das geht. Oder ob das etwas zu schnell für mich ist, dafür, dass die sich schneller aufbauen werden. So, ich brauche einen Kornspeicher, ich werde wahrscheinlich erst mal auf Teamlo. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, mein Lord. So. Auf Obstfahren gehen. Wohin gehen wir? Ein Kinderspiel. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Verdammt, ich... Wollte sind zu knapp, Sire. Wollt doch in einem... Hm... Wollt dort eigentlich keinen Marktplatz hinbauen. Wir werden überfallen. Ich wollte dort einen Kornspeicher haben. Wir werden vielleicht hier sogar ohne Burg spielen. So ergreifend. Weil sie uns nicht auf die Pelle rücken. Allzeit bereit. Ein leichtes... Wieder mal weg. Womit kann ich die Vergnügen, Herr? Also. Eine Nachricht vom Marschall. Ein Paradebeispiel. So lieben wir das. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten nötig zahlen. Achso. Der ist weg. Baut das mal hier hin. Du kommst noch mal hoch. Und... Hier kriegen wir auch noch ein Obst. Das dürfte erst mal reichen. Wir benötigen Holz. Wir brauchen Holz, aber wir brauchen auch Hopfen. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten kürtigt, Sire. Gut, dann bauen wir erst mal nur eine Kapelle. Der kann tatsächlich alles aufbauen. Ich meine, das hatte ich auch geguckt. Der auch. So, das da wird ein Problem. Wir machen hier erst mal ein Torhaus hin. Ich habe zu wenig Platz, also... Gebäude stehen in Flammen, Sire. Mal baue ich im Prinzip durchaus meine Wirtschaft ein. Ja, das kann ich aber im Moment nicht ändern. Wie gesagt, es ist einfach zu wenig Platz da. 4,5 geht schon mal hoch. Treppe baue ich trotzdem hin. Leiterträger werden jetzt ein Problem. Und... Bauen wir mal noch... Markt habe ich hierhin gebaut. Und... Ich wollte Hoppenhaus bauen. So. Wir brauchen mal noch zwei Häuser. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. So, kommt mal her. Hier nehme ich eigentlich die Obstfarmen. Ihr könnt eine Nachricht vom Marschall. Das wird keine hübsche Schlacht. Also, macht das, Beste draus, Männer. Mein Herr. Nicht unbedingt im Bogen stehen. Bin zur Stelle. Und dann... Mehr Bogenschützen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle. Nur mal zurück. Kommst mal hier hoch. Ihr könnt auf uns zählen. Ich will noch ein paar Puppe. Bogenschützen. Wir verkaufen mal ein bisschen was vom Obst. Gebäude stehen in Flammen. Eine Nachricht vom Marschall. Ein paar Paradebeispiel. So lieben wir das. Wir benötigen Gold. Arabische Bogenschützen nach oben drauf. Um den ersten Eingriff abzuwehren, reichen. Und wir werden direkt anfangen, ihn zu belagern, wenn es geht. Ihr habt nicht genügend Gold. Ich wollte noch eine Obstfahm noch. So. Ihr könnt das nicht, bin zur Stelle. Äh. Oh, dort oben ist auch ein Weg. Um geht auch von oben. Guck mal hier runter. Einen Brunnen bauen wir. Wir brauchen doch keinen Brunnen. So, jetzt können wir Bombskund bauen. So, die haben wir ja dort oben. Die Bogenschützen aus dem Trink sind wir eigentlich auch abschießen. Hier, die. Die müsstet ihr kriegen. So. Guck mal zurück. Wenn nur da oben der auf euch schießt. Ja. Rücken aus. Geht ein bisschen zurück. So. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Ihr könnt auf uns zählen. Erledige den, die mal. Okay, sind erledigt. Eine Nachricht von Maschern. Dann schauen wir jetzt mal. Meine Taktik war wohl nicht die beste. Wir können 6er Steuern holen. Wir brauchen unbedingt. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, toll. Wir brauchen Holz. Ihr habt nicht genügend Gold. So. Und. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Unbedingt mehr Holz. Bauen wir hier mal einen Holzfäller hin. Und die ersten Ritter. Es werden Waffen benötigt sein. Können wir aber, denke ich, sogar noch abwehren. Wir rücken aus. Mein Bogen ist euer. Nicht laut Ranschwelle. Im Weg. Kriegen wir das hin. Ne, Abt hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Wir werden überfallen. Aber der wird auch bald kommen. Vielleicht müssen wir zumindest den Marschall so unter Druck gesetzt haben, dass wir ihn auch langsam besiegen können. Das Volk holt nicht euch, sei er. Hopfen dürfte bald reinkommen. Wir benötigen mehr Holz. Ah. So. Und so. Wir benötigen Holz. Ah gut. Das war's schon wieder mit dem Holz. Bin zur Stelle. Mein Herr. In Bewegung. Dann schauen wir mal ein paar Punkte. Hat er hier. Ich habe eine Idee. Wir brauchen jetzt nur einige Baumeister. Ihr habt nicht genügend Güter. Und dann könnten wir den Marschall schon besiegen. Ihr habt nicht genug Gold, um eure Einheit auszubilden. Eins, zwei, drei, drei. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir stellen einfach ein paar Schilde hin. Wir stellen unsere Brumenschützen dahinter. Und. Wie können wir helfen? Wir können das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte schauen, haben die noch Geld. Der Abt hat noch Geld. Unter Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Bin zur Stelle. Okay, dann stellt ihr euch jetzt hier. Ihr seid gut verteilt. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Aber nein. Das steht bei dem Ausbildungslager. Mein Bogen ist euer. So. Wo geht das denn? Bravo. Woher stellen wir jetzt mal keine Bogenschützen? Ja. Und seine Bogenschützen fallen auch. Mit Vergnügen, mein Herr. Ja, sieht ganz gut aus. Bogenschützen sind auch weg. Eine Nachricht vom Abt. Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuräumen. Das ist jetzt schlecht. Ich meine, das ist die erste Gruppe. Das sind nur Mönche, von daher, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, dann geht ihr jetzt dort drüber. Bin zur Stelle. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Die anderen Bogenschützen auch noch zu erledigen. Aber es wird dann doch etwas zu erledigen. So, den haben wir. Den auf. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Ja. Wir auch. Und wir brauchen Speerträger. Vorne. Er hat schon keine Bogenschützen, ja. So wie nur, dass er die Mönche abschießt. Ich muss die mal einzeln anwählen. Ich trau den nicht. So. Nein, 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 nein. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Komm mal zurück. Zurück, 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 zurück. Wir müssen doch jetzt langsam Bier haben, oder? Bisschen. Und wir können dann eine Schenke bauen. So, erledigt. Mal die Mönche. So. Sind auf dem Weg. Sind die jetzt dort drüber nochmal. Ja, in Bewegung. Also, wir brauchen einen Eine Nachricht. Da im Bruch. Ah, meine Truppen lassen mich im Stich. Da im Bruch. Und zwei Ochsenjoche. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Mein Bogen ist euer. Kommt mal hierher. Ach so, der hatte die die ganze Zeit scheinbar schon ausgebildet gehabt. Wir benötigen Gold. Mein Herr. So, dann können wir hier mal die Wirtschaft. Ihr könnt auf uns zählen. Marshal zerstören. Eure Befehle? Bogengespannt. Die Bob zerstören. Ist der irgendwas zerstört? Das haben wir dann auch. Damit könnte ich mehr Geld verdienen. Ich bin dafür, dass wir auf einen positiven Angstfaktor gehen. Gut, dorthin kriege ich einen Farmplatz frei. Ja, bitte. Mach mal da weg. Ihr könnt auf uns zählen. So, und da auch weg. Hier noch eine Farm hin. Mach mal hier mal noch eine hin. Wohin gehen wir in das Spiel? Das dürfte dann reichen, dass wir unsere Bevölkerung ernährt bekommen. Wir haben nicht genügend Holz, mein Herr. Haben schon wieder nicht genügend Holz. Dann können wir nochmal verkaufen. Wir haben nicht genügend Güter. Da passt natürlich jetzt keine Farm mehr dazwischen. Das ist jetzt auch egal. Nur nur Opfenfrauen. So. Dann brauche ich das Moment noch nicht, was ich brauche. Bin zur Stelle. Hier kommt er auf jeden Fall her und haltet den Marschall unten. Wir müssen nämlich diese schwergepanzerten Einheiten dort oben abschießen. Sonst Können wir das Ding nicht schüren? Angstfaktor. So, so. Rüchte ich noch eins. Haben wir das jetzt? Ne, nicht Religion. Angstfaktor. Das Volk glaubt, wir sind von äußerst gutem Wesens. Eins. Geld brauche ich. Hätte ich nur neu hin. Fangen wir hier hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Das ist doch... Das Volk liebt euch, mein Lord. Ihr Ausschank, den müssten wir noch erhöhen. Ich bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, sein ist euer. Ja, in Bewegung. Eure Befehle? Und jetzt können wir eine Angriffsarmee aufstellen. Da wir keine Kathedrale haben. Könnte ich nicht auf Mönche zurückgreifen. Das wäre jetzt am einfachsten. Wir haben aber auch keinen Platz für eine Kathedrale. Kommen wir hier oben hin. Das ist gar nicht meine Form. Womit kein Leichtes. Ich dachte, das wäre meine Form. Wir benötigen mehr Gold. Nein, noch alles der Dämmel. Elf Stück werden wohl nicht reichen. Ich hätte ja noch viel zu viele schwer gepanzerte Soldaten. Der greift bald nochmal an. Der verdient sich dumm und dämlich. Wir können hier das Gebiet absichern. Mit einer großen Armee. Und dann noch das Gebiet. Dann kriegt er kein Eisen, kein Stein mehr. Dann hat er immer noch seine Brotproduktion, seine Waffenproduktion. Aber zumindest ein Teil seiner Nahrungsmittel hier ist abgeschnitten. Und sein Stein und Eisen. Ich glaube, beides schon mal viel wärs. Wir brauchen mehr Obst. Wir haben hier absolut keinen Platz. Das sieht jetzt ganz gut aus. Dann kommen noch Soldaten dort oben. Da brauche ich nur noch meine Meuschelmörder. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, ja. Wir haben auch nicht genügend Brauereien. So. Und wir haben jetzt 19. Mal hier hoch auf die Mauer. Die haben ja kaum noch Lebenspunkte. Ich bin zur Stelle. Eine Nachricht vom Abt. Euch ist nur noch wenig Zeit. Das ist es. Wir müssen den irgendwie jetzt erledigt bekommen, bevor der Abt da ist. Ihr habt nicht genügend Güter. Das ist jetzt ganz wichtig. Bevor der Abt da ist. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Musste erledigt werden. Ich gehe nicht einfach hier direkt die Mauer hoch. Hier. Jetzt so. So. Also hier vier. Ihr seid zu blöd dafür. So. Seid ihr oben. Und nicht alle. Er ist gleich auch nur oben. Und hier rüber. Oh, wir haben Ritter auf. Und wir haben ihn. und wir haben hier das gebiet gehört erstmal uns stellt euch mal hier oben habt ihr höhenvorteil ausbildungslager hast eine waffenkammer in einem grund liegt der keine schwertkämpfer ich sehe nur nicht warum keine ahnung aber er kann mönche produzieren und bogen schützen gibt auch sein geld nicht aus zweifelsfall ist erhalten vanille ab wäre jetzt auch nicht ein weiter weg schenke ist doch warum auch immer und gläuter da auch ich habe keine ahnung bin zur stelle lange genug geld hat um seine menschen so auszubilden ist es ist ja in ordnung mein herr ein weiter weg dann können wir noch ein paar reiber sind der zweitgrößte herrscher oben da oben sind ein paar bäume die lassen wir mal wachsen denn hier auch vielleicht wächst er auch noch so eine befehle und immer ein weiter weg wir können dann mal anfangen in waffen abzubelagern auch was können wir noch bauen unsere lebensmittel vor in dem wachsen nur wenn sie das wirklich tue stelle ihr könnt auf uns zählen nutzt mir nichts wenn ich das gesagt bekomme nur weil ich es hören die gold muss ja auch was dagegen dann tun wenn es nicht so ist alles dort und noch nötig spielt die tür eigentlich ans bin zur stelle so weiter vorrücken ja hier auch ein weiter weg bogenschützen bereit ob das geht da ist überhaupt kein weg rücken aus gut der feind muss auf jeden fall hier vorne durch das kann man ja auch erst mal wissen mein bogen ist euer ein weiter weg dann ja gut können sie trotzdem dort oben stehen bleiben sieht ganz lustig aus es werden waffen benötigt sein das heißt wenn ich hier ein schurhaus baue bin ich sowieso zu ok der bergfried ist komplett bin zur stelle ihr könnt auf uns zählen eure befehle da hoch ah nun wir brauchen baumeister euer gnaden gut ihr habt nicht genug gold um diese einheit auszubilden wir haben nicht genug gold um diese reinheit auszubilden oh hier unten haben wir auch noch bäume die pflanzen sich nach wenn sie sich meiner meinung nach zu langsam pflanzen ihr könnt auf uns zählen und hier kommt jetzt auch noch da hoch ein weiter weg den angriff könnten wir noch abwarten und dann verschießen ich habe keine ahnung warum der jetzt so dran stellt das weiß ich einfach nicht hier kommt auch mal noch hoch ein guter marsch wenn wir hier unsere drehböcke auf dann können wir hier den ganzen bereich zerschießen ja er hat nur menschen das ist mir ganz recht aber das ist halt schon ein bisschen komisch wir werden überfallen irgendwas übersehe ich wahrscheinlich eine nachricht vom abt meine männer sind gekommen um in eurer burg aufzuräumen ja das scheinen sie was wünscht ihr ok ja ohne die schwertkämpfer unser werkzeug eine nachricht vom abt 1 2 3 konstruieren belagerungsgeräte ja in bewegung so die sind fertig die feld müssen weichen eine nachricht von antagen verlass diese mauer mein freund oder ihr werdet bitter bezahlen ich bezahle gar nichts wackelig wie ein kaltenhaus und ja so und die zädrale steht ihr könnt auf uns zählen mein bogen ist euer dann kommt die jetzt her weiter weg dann habe ich 5 hier noch oh ich habe da schon wieder nachgefahren wenn hier nicht feuer wäre hier vorne dran könnte man da tatsächlich jetzt schon reinstehen sogar aber fast so aus als könnten wir das ganze ding mit fugenschützen sehr wohl wir benötigen gold wenn wir mal schauen ach da unten ist ein markt so oft schon benutzt und doch vergessen versteht wir müssen nur 3 religionen unsere gold vorräte wachsen stetig seien wir haben wir gott sei dank die die gold bin zur stelle den erhöhten angstfaktor positiven gebt uns eine aufgabe eins 23 23 gelten eure befehle flugbahn ist berechnet verschließt jetzt mal das tor bin zur stelle rücken aus bocken schützen ihr seid gruppe 1 und ihr seid Gruppe 2 und ihr seid Gruppe 3. Und dann kommt ihr her. Ich kann euch eigentlich hier positionieren und euch hier vorne. Und ihr kommt dort in die Mitte. Da seid ihr dann zwar nicht von den Schilden geschützt, sondern seid ihr recht breit ausgestellt. Ich kann uns mal ein bisschen nach vorne kommen. Ich zieh das hin. Oh, die kommen raus. Nun habe ich nicht gerechnet. Nein, nicht die Farmen angreifen. Kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. Okay, wir sammeln einfach. Menschen. Euer Gnaden. Ich bläutige jetzt auch mal. Sonst passiert da nicht mehr so schrecklich viel. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Wir benötigen Holz. Ich werde nur hier oben mal ein bisschen mehr Stein fördern. Bin zur Stelle. Für was? Ihr könnt eigentlich mal die Bogenschützen dort hinten sammeln. Es werden Waffen benötigt sein. Dann muss ich die nicht so oft herholen. Wir benötigen Gold. So, dann... Einverkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Euer Gnaden. Und wir holen uns eine riesige Armee an Menschen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Lager ist auch voll. Der hat keinen Markt. Ja, gut. Ist jetzt auch egal. Ich habe keine Lust, die ganze Mission hier neu zu starten. Nur damit wird das in die Länge ziehen. Der... Wer Dings hätte nicht länger überlegt. Der hat auf jeden Fall einen Markt. Der Abt wäre ein bisschen penetranter. Aber... Auch nicht so, dass es für mich problematisch werden würde. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Dann... Machen wir das jetzt mal ganz schnell. Aber da wird jetzt auch wirklich nichts mehr kommen von ihm. Brauche ich nur genug Geld. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Holen wir die ganzen Meuchelmörder noch dazu. Wir mit den... Mönchen vor. Die Meuchelmörder hinterher. So, Mama, so... 300 Mönche. Das dürfte dann reichen. Eure Gnade. Okay. Ja, der konnte den Markt nicht bauen. Ich habe vieles überprüft, dass der hier... die ganzen Ausbildungslager bauen kann. Marktplatz habe ich nicht gedacht. Ist auch immer schwer zu schauen. Nachzuschauen. Weil... Eure Gnade. Eure Gnade. Der Marktplatz ist jetzt nicht so groß, dass man das so einfach sieht. Die sind deutlich erkennbarer. Eure Gnade. Und da kommt nochmal ein Angriff von ihm. Also es hindert ihn jetzt auch nicht am Angreifen. Eure Geist ist schwach. Ich nehme ihm tatsächlich große Stärkepotenzial. Dass er keine Gepanzerten hat. Aber... Es macht ihn jetzt nicht zu. Weil gegen meine Anzahl an Bogenschützen... Für ihn wäre es praktischer, wenn ich Armbrustschützen benutzen würde. Die meisten sind Vorteile, wenn ich keine benutze. Für ihn abt ist es ein Nachteil. Aber dauerhaft ausbilden wird er immer noch können. An Geld mangelt es ihm nicht. So, dann müssen wir jetzt gleich auch gucken, dass wir das Feuer irgendwie auslösen. Warten noch den Angriff ab. Bis die Burg klärt. Wir benötigen Gold. So. Na, greifst du bald an? Bogenschützen bereit. Flugbahn ist berechnet. Sturm. Aber was macht der mit dem Eisen? Lagert der jetzt auch einfach nur ein, oder? Ähm... Guckst du aus. Aber irgendwann wird sein ganzes Lager voller Eisen sein. Dann wird er wirklich... Wir stehen zu euch. Na, kommst du? Wir werden überfallen. Wir sind jetzt hier im Moment noch keine Soldaten. Die schwarzen Mönche sind bereit. Oh, wenn er jetzt angreift. Gut, da kommt er. So. Eine Nachricht... Wart mal kurz ab. Bei euch ist nur noch wenig Zeit durch dieser Welt beschieden. Bereitet euch auf den Untergang vor. Rücken aus. So. Nein, nicht die Kathedrale angreifen. Nehmt euch in Acht. Ich bin ein ganz süchtiger Mann. Kau hoch. Kau hoch. Ja, vielleicht bist du es frei anzünden. Oder auch nicht. Äh... Er hat das Feuer nicht angezündet. Gut. Er will sich schon wieder rächen. Das kennen wir ja von ihm. Aber wir haben gewonnen. Und das war's dann mit Mission 59. Mal ein bisschen blöd, dass er den Markt nicht bauen könnte. Das wird aber hier wahrscheinlich nicht das Problem sein. Wir bedanken mich dann an der Stelle fürs Zusehen. Wir wünschen euch einen gesegneten Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.